lilly steh auf deine schwester ist hier nein maulte ich und verringte meinen körper so daß ich alle geräusche ausblenden konnte lilly bitte liebling du mußt aufstehen der freund deiner schwester könnte versuchen mich aufzuessen die stimme beendete den satz mit einem leichten lachen am ende ich kannte diese stimme potter verdammt ich bin zu müde um mich daran zu erinnern dass wir zusammen sind geh weg befahl ich ihm komm schon liebling lockte er mich und strich sanft mit seinem daumen über meine wange warum bist du überhaupt hier krummelte ich verärgert ich tue so als wäre ich dein fester freund flüsterte er mir zu nein stöhnte ich während ich mich umher wälzte um ihm zu kommen und schlug seine hand weg warum gehst du nicht zu dir nach hause oder zu einem von deinen blöden rumtreiber kumpels seine hände ließen von mir ab und er war für einen moment still so als ob er über etwas sehr wichtiges nachdachte lilly sagte er mit einem etwas gezwungenen lachen wenn du jetzt nicht sofort aufstehst werde ich deine sachen durchwühlen und du wirst mich nicht daran hindern können etwas persönliches oder privates oder auch peinliches zu entdecken drohte er mir ich öffnete die augen und sprang aus dem bett ich fühlte mich auf einmal sehr energiegeladen p james lehnte an mein bett und wirkte sehr amüsiert meine augen verengten sich zu schlitzen schade dass du so schnell aufgestanden bist ich hatte gehofft du hast hier irgendwo ein tagebuch rumliegen sagte pot james der wieder mal ganz er selbst war und ließ seinen blick durch den raum wandern merlin sei dank hatte ich gerade aufgeräumt und musste in nächster zeit auch keine wäsche machen ich weiß nicht was ich tun würde wenn potter noch einmal mein bh sehen würde liebes tagebuch begann er in einer hohen mädchenhaften stimme heute habe ich zwanzig ohrs für alle meine hausaufgaben bekommen und potter hat mich noch fünfmal gefragt ob ich mit ihm ausgehe ich habe natürlich nein gesagt aber nur weil ich allen anderen beweisen will dass ich ihn nicht mag obwohl ich ihn und seinen göttlichen körper in wirklichkeit über alles liebe sollte ich das etwa sein fragte ich ihn vollkommen schockiert und setzte mich wieder auf mein bett also klang es vertraut gab er mit einem schiefen grinsen zurück er setzte sich neben mich und ich rutschte rüber um ihm auszuweichen ich verschränkte fest meine arme und rollte mit den augen in deinen kranken perversen träumen potter oh versicherte er mir während er an einem kissen herumzupfte in meinem unterbewusstsein sitzen wir normalerweise nicht rum und lesen er beendete den satz mit einem anzüglichen grinsen merlin dieses grinsen schenkt er mir wirklich oft entweder hat er ein problem mit dem lächeln vielleicht war es auch nur eine nervöse macke oder er hatte einfach eine sehr kranke vorstellung wahrscheinlich war es eine mischung aus allen drei dingen hör auf mich so an zu lächeln potter ähm james ich war zu angewidert um seinen kommentar überhaupt mit einer antwort zu würdigen meine schwester ist hier fragte ich schnappte ihm das kissen aus den händen und legte es zurück an seinen platz auf dem bett ja sie und warnen sind hier sollen wir runtergehen und dem drohenden unheil ins auge blicken was würde james feste freundin tun ich seufzte und schnappte mir seine hand naja ich kann ja willkommen den ganzen tag mit dir im bett verbringen antwortete ich ihm ich bemerkte sogleich die doppeldeutigkeit meiner worte und lief hochrot an super gemacht lilly verdammt hörte ich ihn leise stöhnen während er mich bedauernd ansah ich widerstand dem drang unter seinem blick zusammen zu zucken es dauerte nur einen kurzen moment an aber mir kam es länger vor nichtsdestotrotz riss er sich dann zusammen und begleitete mich nach unten als wir in der küche ankamen waren petunia und warnen bereits da lass uns ein wenig spaß haben zischte mir p p p james ins ohr ah ich kannte diesen gesichtsausdruck das letzte mal als in seinen augen dieser übermut aufgeblitzt war war die ganze große halle mit grünem unlösbarem schleim bedeckt scheinbar sollte es irgendetwas negatives über die slitherins aussagen die griffen dort zuvor in einem quidditch spiel geschlagen hatten merlins sei dank hatten wir sie im finale besiegt ich wollte mir kaum vorstellen was die rumtreiber sonst angestellt hätten es war ja wohl klar dass mich potters gesichtsausdruck nicht dazu veranlasste vor freude herum zu springen und zu singen ich seufzte müde und wunderte mich abwesend ob das hier etwas mit karma zu tun hatte ich folgte potter m m james blick der auf das wall rausgerichtet war naja solange ich an karma dachte in ordnung zischte ich in potters scheiße james ohr wir dürfen ihn allerdings nicht körperlich verletzen sein grinsen wurde breiter wirklich lilly flüsterte er mir zu während er meine hand mit seinem daumen streichelte wofür hältst du mich ein amateur ich bin viel kreativer sagte er bevor er mir kokett zuzwinklte dann küsste er mich flüchtig da leute in der nähe waren und er wusste dass ich nichts dagegen tun konnte blöder idiot es war komisch dass ich mich willentlich dazu bereit erklärte etwas gemeinsam mit potter zu machen es diente allerdings nur einem einzigen zweck meine schwester zu ärgern sicherlich war daran nichts falsch also win it begann james laut wernon korrigierte ihn wernon mit einem grunzen er sah heute mal wieder unglaublich normal aus seine blonden haare waren perfekt gescheitelt und sein gesicht strahlte rot vom missfallen ah mein fehler entschuldigte sich potter james in einem unbekümmernden ton seine gelassenheit erinnerte mich daran wie er jemand mit voller absicht verhexte und dann mit professor mcgonigal flirtete um dem nachsitzenden zu entkommen das muss mir ein fallen sein das ist wirklich komisch nicht wahr liebling wo du doch immer in den höchsten tönen über ihn sprichst du hast sogar einen spitznamen für ihn nicht wahr lilly im stillen verfluchte ich den gott der auf die idee kam 17 jährige jungs zu erschaffen ich stieß potter in den unterleib und versuchte ihn nonverbal dazu zu bringen den mund zu halten ich sah zu petunia hinüber und es schien als wäre sie drauf und dran ihre zunge zu verschlucken ich weiß tuni potter hat auch mein leben ruiniert jedoch nahm mein unglück täglich seinen lauf ah zur helle warum konnte ich mich nicht daran erinnern ihn james zu nennen was würde james feste freundin tun was würde james feste freundin tun ich lachte leise ja manchmal nenne ich dich ähm mir fiel nichts ein komm schon lilly denk bohrer erfand dich aus unerfindlichen gründen weil du mit bohrern arbeitest po po james starrte mich ungläubig an dann traf es mich wie ein schlag o merlin das klang so falsch bitte sag mir daß ich das gerade nicht wirklich gesagt hatte das war verstörend auf nicht nur eine weise warum hatte ich ihn nicht gleich rammler oder sir nagelt sehr viel genannt p james hustete und ich konnte das lachen hören das er kaum zu unterdrücken vermochte also we man wie lange trägst du schon diesen schnurrbart warnens gesicht nahm die interessante farbe von kotze an und petunia sah aus als würde sie ein doppelmord in erwägung ziehen wenn es nicht petunia gewesen wäre hätte ich ein schlechtes gewissen gehabt warnen dessen richtigen namen ich wohl doch noch verwenden konnte knurrte eine antwort in einer sehr würdevollen und wichtig turischen art und weise merlin es handelte sich doch nur um ein bisschen gesichtsbehaarung man könnte meinen er hätte ein wundermittel oberhalb seiner oberlippe gefunden ich habe mal drüber nachgedacht mir einen wachsen zu lassen erwiderte james ich sah ihn an und rollte mit den augen ich bezweifelte stark dass er überhaupt genug testosteron hatte um sich einen wachsen zu lassen aber zauberer bevorzugen bärte ich nehme an schnurrbärte sind eher eine muggelsache muggel wiederholte warnen beleidigt oh stimmt die terminologie ist dir wohl unbekannt muggel bedeutet dass du nicht magisch bist teilte ihm potter james mit nein das bin ich verdammt noch mal nicht versicherte ihm warnen trotzig ah das ist okay kumpel ich bin mir sicher bohrer machen auch spaß antwortete potter seine stimme hatte einen klang von höflicher gleichgültigkeit aber anhand seiner glitzernden augen hinter seinen brillengläsern wusste ich dass ihm das viel zu viel spaß machte warnen ist sehr erfolgreich erklärte petunia hochmütig erst vor kurzem wurde er zum assistenzen des abteilungsleiters ernannt in ein paar jahren hat er wahrscheinlich schon sein eigenes eckbüro merlin für meine schwester war alles ein wettbewerb sie musste die schönsten klamotten die schönsten haare und die angesagtesten freunde haben zum teufel jetzt versuchte sie sogar den besseren festen freund zu haben potter james mag zwar so nervig sein wie nun ja petunia aber immerhin war er besser als das walross das ist wundervoll toonie bemerkte ich dumpf dann lächelte ich potter james warm an und erschlang seine arme um mich und küßte meine schläfe ich unterdrückte den drang eine grimasse zu ziehen was würde james feste freundin tun oh wusstet ihr dass james einmal einen jungen einen teewärmer verwandelt hat das war sehr beeindruckend ich denke er wird euch beiden auch eine demonstration geben wie lautet der zauberspruch noch gleich fragte ich und wandte mich poe james zu ah ja richtig redete ich weiter ohne auf seine antwort zu warten bibbidi bobbidi buh potter sah mich an als wäre ich verrückt geworden ich lächelte ihn an um ihm zu bedeuten mitzuspielen petunia wusste rein gar nichts über magie deshalb war es besser die märchen aus unserer kindheit als vorlage zu benutzen so würde sie mehr angst bekommen als wenn ich einen realen zauberspruch genommen hätte lilly petunias stimme klang bedrohlich oh tut mir leid tuni ich vergaß du magst ja keine magie nicht wahr ok das war kleinlich und ich ließ mich damit auf ihr niveau herab es war nicht richtig es war kindisch aber verdammt es fühlte sich gut an petunia lächelte mich auf ihre unheimliche art an es war eine grimasse die einem eine gänsehaut bescherte ihre blicke sahen aus als wolle sie mich mit vielen kleinen spitzen heißen dolchen ermorden und sie zeigte dabei ihre gebleichten weißen zähne sie packte meinen arm und rammte ihre nägel in meiner haut aua schrie ich merlin ich glaubte zu bluten entschuldigt uns für eine sekunde sagte petunia in einer scheinbar ruhigen stimme die mich an jeden einzelnen horrorfilm erinnerte den ich je gesehen hatte ich versuchte sie abzuschütteln aber mit der lächerlichen kraft die sie in ihrem oberkörper hatte buxierte sie mich ins badezimmer und schloss die tür hinter uns was glaubst du was du da tust wollte sie wissen ähm ich bin mir nicht sicher antwortete ich ehrlich naja vielleicht schwindelte ich auch ein wenig musst du pinkeln oder was denn wenn dem so ist wäre ich gern woanders du weißt worum es geht also spiel hier nicht die dumme lili sagte petunia und wedelte mit ihren perfekt manikürten fingern vor meinem gesicht herum du weißt dass ich es hasse wenn du über unnatürliche dinge sprichst warum musst du es auch noch von meinem festen freund erwähnen du wirst ihn in die flucht schlagen er wird etwas aus sich machen und er wird sich um mich kümmern nicht so wie deine freakshow warum kannst du dich nicht für mich freuen warum musst du versuchen ihn davon zu jagen kannst du denn nicht verstehen daß ich lieber mit ihm zusammen bin als mit freaks wie euch in verbindung gebracht zu werden ich verdrängte die feuchtigkeit in meinen augen hörst du dir eigentlich selbst zu tuni wie kannst du sowas zu mir sagen ich bin deine schwester sie rümpfte die nase tja nun man kann sich seine familie nicht aussuchen ich schlug mit den händen auf das waschbecken anscheinend erwiderte ich stell mich jetzt nicht als die böse hin lili du warst schon immer neidisch auf mich darum hast du doch überhaupt deinen festen freund mitgebracht du willst james nur benutzen um warnen schlecht dastehen zu lassen nun das wird dir nicht gelingen ja klar weil das walrus ein richtiger gentleman ist wenigstens bedeute ich james genug dass er meine familie toleriert ich wusste du nennst ihn hinter meinem rücken so rief betunia anklagend nun zumindest ist es besser als jemandem ins gesicht zu sagen dass er ein freak sei erwiderte ich erbost tja es ist nun mal die wahrheit sagte sie überzeugt weißt du was betunia gab ich laut zurück wenn dich meine existenz so sehr stört warum heiratest du nicht gleich warnen dursley dann kannst du vergessen dass du überhaupt je mit mir verwandt gewesen bist ich öffnete die tür verließ das badezimmer und knallte die tür hinter mir zu dann stürmte ich zurück in die küche riss den gefrierschrank auf und schnappte mir das erste fett machende lebensmittel das ich finden konnte danach packte ich potter am kragen seine shirts und stürmte raus wobei ich warnen und petunia starrend zurück ließ merlin ich kann sie nicht ausstehen ich schäumte vor wut als ich auf der veranda auf und ab lief sie macht mich so wütend warum ist sie so besessen von dem was andere über sie denken wenn ein fashionmagazin schreiben würde magie sei total in käme sie mir nichts dir nichts zu mir zurück gekrochen nicht dass ich sie brauchen würde ich mag sie nicht sie will mich nicht gut ich will sie auch nicht ich brauch sie nicht sie war noch nie eine gute große schwester ich musste immer die verantwortungsbewusste sein sie wollte nie irgendwas mit mir zu tun haben merlin sie ist unmöglich atme lily drängte mich potter ah scheiße james und ich sag dir noch was ich werd mich nicht bei ihr entschuldigen ich hab nichts falsch gemacht das hast du sicher nicht versicherte er mir in einem beruhigenden ton packte meine schultern und zwang mich mich neben ihn auf die bank zu setzen ich kann kaum glauben dass ich mit ihr verwandt sein soll ich hab ein viel ruhigeres temperament und ich bin auch toleranter als sie potter james lachte leise was fragte ich ihn nichts versicherte er mir er lächelte mich an und schob meine haare die ihm ins gesicht gefallen waren hinter mein ohr weißt du mädchen sind verdammt kompliziert ganz besonders die evans frauen wenn kerle miteinander konkurrieren dann vergleichen sie ganz einfach die länge ihre zauberstäbe ich lachte lauthals und ungewollt begann ich mich abzuregen seine hand die in kreisen über meine schulter fuhr half nicht gerade dabei wütend zu bleiben ich meine es ernst redete potter james weiter wann auch immer einer meiner kumpel und ich einen streit haben hole ich einfach meine elf zoll maragoni heraus er zwinkerte mir zu und grinste mich schämisch an während er seinen zauberstab zog und ein paar rote funken versprühte du bist bescheuert teilte ich ihm mit und musste widerwillig lachen willst du etwas hören das noch absurder ist flüsterte er mir zu und steckte seinen zauberstab wieder in die tasche seiner jeans was fragte ich das war ross hat noch nicht mal einen zauberstab gab er freudig zurück ich begann wie verrückt zu kichern ebenso wie er und wir konnten kaum noch an uns halten potter ähm james hielt sich die seite und reichte mir eins von den schokoeis am stiel die ich blind ausgesucht hatte dankbar nahm ich das dessert an und öffnete die verpackung ich schwelgte in der köstlichen schokoladigkeit hmmm machte ich ich habe keinen mehr davon gegessen seit ich und petunia kinder waren habt ihr früher euren sommer zusammen verbracht fragte er mich und nahm sich auch ein schokoeis sie war meine beste freundin erwiderte ich traurig wir haben all unsere gemeinsamen sommer damit verbracht spiele zu spielen sie durfte immer die hübsche prinzessin sein und ich musste den frosch oder die böse stiefschwester spielen war klar dass wir uns immer stritten aber es war nicht so wie es heute ist es war einfach ganz normal ich lachte humorlos bei dem wort normal ich glaube nicht dass es irgendwo auf der welt schwestern gibt die sich nicht streiten ganz besonders wenn es evans frauen sind fügte potter nein james hinzu ich lachte ja ganz besonders dann stimmte ich ihm zu und jetzt streitet ihr euch über viel kompliziertere dinge stellte er fest ja antwortete ich die wände in unserem haus sind dünn nicht wahr ja gab er verlegen zu danke dass du mich verteidigt hast bedankte sich potter in einem neckenden tonfall ich zuckte mit den schultern was würde james fester freundin tun aha rief er aus ich wusste es würde funktionieren ja 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 grummelte ich das eine mal ist dir tatsächlich was kluges eingefallen das eine mal fragte er gespielt empört ich weiß nicht ob du jemals in china gewesen bist aber vorhin habe ich ein paar gute treffer bei dem walross gelandet oh merlin brachte ich zwischen lachen heraus ich wusste nicht was zuerst passieren würde platzt petunia der schädel oder reißt sich warn in den schnurrbart aus ich setzte mein geld auf den v-man teilte mir poe james mit und versuchte dabei angestrengt ernst zu wirken